Es ist noch keinem gelungen, sich selbst zu entkommen, doch naiv wie man ist, hat man angenommen. Man kann erwachsen werden und dabei unschuldig bleiben oder irgendwas bedeuten, ohne Flagge zu zeigen, doch irgendwie, irgendwo und irgendwann, merkt man wieder, dass man sich im Grunde nur temporär. Verarschen kann, verarschen kann, verarschen kann. Man hat ein Ticket gewonnen und als der Film eigentlich startet, merkt man, der Trailer sagt nicht, was man am Ende erwartet. Doch mit tiefen Wunden oder kleineren Kernen, man kann die Wellen nicht reiten, ohne dabei nass zu werden, aber irgendwie, irgendwo und irgendwann, lacht man wieder. Dass man sich im Grunde nur ein Temporen verleugnen kann. Ja, 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 ja. Das Rüsten will Streifen, es gibt zwar immer zwei Seiten, aber nur eine, auf der man steht. Diesen will Greifen heißt auch anderes Pfeifen und tut manchmal weh. Das kann bedeuten, die man liebt, zu enttäuschen und das niemand versteht. Wenn man um seine Trillen manchmal auch. Scherben geht! Scherben geht! Scherben geht! Scherben geht! Scherben geht! Scherben geht! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018